Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi liebe Leute, ja ihr habt nun fleißig den Mini-Hop geübt, davor die Wippe und ihr merkt, das läuft schon gut. In dieser Lektion geht es darum, dass wenn der Manual Impulse gut klappt... In dieser Lektion für das Wheelie Lernen kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte und zwar das Finden des sogenannten Sweet Points. Hi liebe Leute, ich habe ein Gewinnspiel für euch und zwar ein ganz besonderes. Mein Online-Coaching ist jetzt erhältlich auf Fahrtechnik TV. Das kennt ihr vielleicht von dem englischsprachigen Kollegen Ryan Leach. Und ja, da geht es darum, ich habe für euch jetzt so Videopakete. Also acht sehr professionell produzierte Videos mit acht Lektionen, wie ihr zum Beispiel den Wheelie lernen könnt, den Bani-Hop, das Hinterradversetzen und den Manual natürlich. Und diese Lektionen, die kann man dann immer schön üben. Und das ist quasi das Online-Coaching, dass ihr diese hochwertigen Videos bekommt. Ich habe noch nie ein Wheelie zum Beispiel, den habe ich schon in einem Video erklärt, aber noch nie in acht Lektionsvideos so ausführlich, dass ihr das super üben könnt. Das kostet 15 Euro, also 14,99. Und ihr seid dann in der Facebook-Gruppe, die auch exklusiv für alle, die da mitmachen. Dann könnt ihr euch austauschen, eure Lernfortschritte posten. Ich gebe natürlich gerne Tipps. Ihr könnt mit dem Handy mal euren Wheelie oder euren Bani-Hop abfilmen. Genau, so funktioniert das. Und es wird im Sommer natürlich ein Treffen geben aller Community-Mitglieder. Ein offenes Treffen, das wird auf jeden Fall cool. Und genau, ihr kennt es vielleicht schon, wie gesagt, bei Ryan Leach. Der hat jetzt die 30-Tage-Wheelie-Challenge. Mensch, ich habe halt eher so die acht Lektionen, weil ich wollte es einfach mal für euch praxistauglich machen und nicht irgendwie zwanghaft, weil es jetzt 30 Tage im Monat hat, da jeden Tag ein Video raushauen wird. Heute heben wir die Nase in die Richtung. Es ist auf jeden Fall super, dass es jetzt auch im deutschsprachigen Bereich gibt. Und ich freue mich, dass ich euch motivieren kann, weil ihr wollt jetzt endlich mal diese Manöver richtig gut können. Was ihr machen müsst, schreibt in die Kommentare, welches Manöver ihr jetzt intensiv üben wollt. Den Bani-Hop, den Wheelie, den Manual oder das Hinterrad versetzen. Dann seid ihr automatisch mit im Pod, dass ich euch einfach auslosen kann. Das wird am 23.12. einen Tag vor Heiligabend gezogen. Dann wird die wieder benachrichtigt. Und, ähm, ja genau. Es kann natürlich sein, dass jemand alles schon kann. Super lange Manuals, Wheelies im Kreis und mit einer Hand und Bani-Hops schön hoch. Und, äh, Hinterrad versetzen im, äh, den schwierigsten Kern. Das heißt, äh, wer das alles kann, der kann diese... Coole Kuhglocke gewinnen. Die ist echt cool, die macht man sich einen Lenker, dann klingelt es, dann hören die Wanderer an. Man kann aber zack, die so zumachen. Ähm, und dann ist die auf jeden Fall leise, dass die die ganze Zeit nervt. Also, Kuhglocke in die Kommentare schreiben, wenn ihr alles schon könnt. Alle anderen machen bei der Verlosung mit. Jetzt kommt noch die Info, wie ihr einen Fahrtechnikkurs bei mir, also wo ich Trainer bin, für 59 statt 99 Euro bekommen könnt. Da habe ich nämlich eine limitierte Anzahl, äh, ja. Das könnt ihr einfach nachschauen. Und es wird auf jeden Fall auch cool, wer dann Bock hat, mit mir zu trainieren im Kurs. Kann, äh, 40% sparen. Das erstmal von mir für euch. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und eine schöne Weihnachtszeit. Und man sieht sich. Ich habe jetzt eine super Aktion für euch. Zu Weihnachten im Jahreswechsel, Jubiläum, 12 Jahre, die Fahrtechnikkurse, die ich gebe. Und, ähm, ihr könnt dafür 59 Euro statt 99 Euro einen Kurs buchen. Also, es geht um reguläre Kurstermine. Level 1, 2, 3, 4, Bikepark, keine Ahnung. Also, keine Privatkurse, sondern halt die, äh, regulären Kurse. Und, wie das Ganze abläuft, ich habe hier noch 50 gedruckte Gutscheine. Das heißt, die Gutscheine laufen ja eigentlich mittlerweile schon länger über das Online-Tool. Und, ähm, diese gedruckten Gutscheine nehme ich jetzt aber für diese Rabattaktion. Es funktioniert folgendermaßen. Wenn ihr einen Kurs sucht, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, 7. März gibt es einen Kurs. Da und da. Dann bucht ihr den. Und gibt bei der Buchung beim Gutscheincode ein Print. P-R-I-N-T. Und dann kriegt ihr den Kurs für 59 statt 99 Euro. Das heißt, ähm, den könnt ihr dann für euch nehmen oder verschenken. Wenn ihr sagt, ich möchte einem anderen, das ist ein Kollegen, der braucht unbedingt einen Kurs oder eine gute Freundin. Und, äh, diesen Gutschein schicke ich euch dann als persönliche, äh, Karte. Ihr könnt ihr dann verschenken oder als persönliche Grußkarte einfach, äh, haben. Die Aktion ist natürlich einerseits limitiert. Das sind 50 Gutscheine oder halt für euch selber Grußkarten. So sieht das aus. Ähm, limitiert auf 50. 59 Euro statt 99 Euro können die 50 Buchungen die Print eingeben bekommen. Und, ähm, bis zum 10. Januar geht das. Genau. Dann freue ich mich, euch zu sehen im Kurs. Und folgt weiter. Es kommt noch ein ganz großes neues Ding für euch. Wir sehen uns im Kurs bei den Festivals oder bei anderen Veranstaltungen. Ciao.